Hallo liebe Schüler, Willkommen in der vierten Klasse. Mödel 2, Lektion 3 Bei uns zu Hause Bei uns zu Hause bedeutet Wir beginnen mit die Wörter mit Artikel der Der, Artikel der, bedeutet Maskulin. Maskulin bedeutet Artikel der. Die Wörter mit Artikel der 1. Goldfisch Hier, die Plural, Plural, mein Plural Mit Artikel die, die Goldfische E am Ende Der Goldfisch, Plural, die Goldfische Der Goldfisch, die Goldfische Dann der Kanarinvogel Hier Kanarinvogel Kaneri Mit Plural die Kanarinvögel Die Kanarinvögel Die Kanarinvögel O, Umlaut O, mit Umlaut Kanarinvogel Der, der Kanarinvogel Plural die Kanarinvögel Der, der Kanarinvögel Der, der Kanarinvögel Der, der Kanarinvögel Hier, Papagai Der, Papagai Der, Papagai Die, Papagain Der, Papagai Die, Papagain Der, Papagai Die, Papagain E-N am Ende Im Plural Dann Hamster Der Hamster Der Hamster Die Plural Hamster Keine Am Ende Die Plural Hamster Die Hamster Plural der Hamster Singular Der Hamster Singular Die Hamster Plural Dann Mit Artikel Das Das Artikel Das Bedeutet Neutral Neutral Bedeutet Wörter Mit Artikel Das Das Pferd Pferd bedeutet Horse Das Pferd Plural Mit E am Ende Die Pferde Die Pferde Das Pferd Die Pferde Das Pferd Die Pferde Dann Das Schaf Das Schaf Das Schaf Bedeutet Schieb Das Schaf Die Schafe Schafe E am Ende Plural Das Schaf Die Schafe Dann Das Zebra Das Zebra Die Plural Die Zebras Die Zebras Das Zebra Die Zebras Dann Das Hühn Das Hühn Das Hühn Gedeutet Chicken Mit Plural Hühner Hühner Umlaut Traveled Mit Die Plural Kaninchen Wieso Singular Plural Wie Singular Singular Wie Plural Kaninchen Das Kaninchen Die Kaninchen Dann Feminin Also Bedeutet Mit Artikel Die Wörter Mit Artikel Die Feminin Bedeutet Wörter Mit Artikel Die Die Maus Hier Die Plural Mäuse Die Maus Singular Die Plural Die Mäuse Umlaut E Und Umlaut A Und E Am Ende Mäuse Die Maus Die Mäuse Die Kü Die Kühe Die Kühe Die Kühe Die Kühe Bedeutet Käu Und Plural Die Kühe Umlaut Ü mit Umlaut Und E Am Ende Die Kühe Die Plural Die Kühe Dann Die Gans Die Gans Die Gans Die Plural Die Gänse A mit Umlaut Und E Am Ende Ganz bedeutet Güss Die Gans Die Plural Die Gänse Die Gans Die Gänse Dann Die Schlange Die Schlange Bedeutet Oder mean Snack Snack Hier Die Plural Die Schlangen Die Schlange Die Schlangen Die Schlange Die Schlangen Dann Die Katze Katze bedeutet Kett Hier Die Katze Die Katze Die Plural Katzen N am Ende Wie Schlangen Hier N am Ende Die Katzen Die Katze Die Katze Die Katze Die Katze